Die beste Reise meines Lebens Ich habe nicht laufen gelernt, um heute zu knien. Ich habe nicht sprechen gelernt, um heute zu schweigen. Auch habe ich nicht sehen gelernt, um heute wegzuschauen. Ich wurde kein mitfühlendes Wesen, um heute zu hassen. Ich habe keinen Schmerz kennengelernt, um jetzt daran zu zerbrechen. Auch habe ich nicht so viel Leid gesehen, um jetzt in Ignoranz zu verharren. Wiederum habe ich nicht geben gelernt, um heute in Konsum und Egoismus zu ersticken. Ich habe nicht gelernt, was Souveränität bedeutet, um mich heute leben zu lassen. Ich habe nicht gelernt, was Individualität bedeutet, um heute in grauem Gleichschritt zu funktionieren. Ich kam hierher aus dem Licht, in friedlicher Absicht und purer Liebe. Ich werde in Liebe hierbleiben, mein Licht verbreiten, den Frieden verkörpern, zur Heilung beitragen, den Wandel herbeiführen, meinen gottgegebenen freien Willen leben. Am Ende zurückblicken und zu mir selbst sagen. Wow, das war die beste Reise meines Lebens. Das war die beste Reise meines Lebens. Das war die beste Reise meines Lebens. Untertitelung des ZDF, 2020